Wer soll das alles bezahlen? Hallo Welt! Wir freuen uns als Küste des Todes kostet immer der Ost-Links bald, nämlich am Samstag um 20 Uhr in der Szene Wien die Bretter, die die Welt bedeuten, anzuheizen für Kardamom. Ja, es ist ein M, ich habe jahrhundertstelang geglaubt, es heißt Kardamom, aber nein, es heißt Kardamom. Eigentlich lustig, Kardamom. Und Cree Ways. Hallo Tommy. Für uns die Küste des Todes in Wien zu spielen ist natürlich etwas Besonderes. Da sind wir dann heilfroh, in 30 Minuten mehr Glühen von uns lassen zu können. A little bit more addressed to the microphone, maybe? Also ich kann nur so viel sagen, ich freu mich auf den Gig, aber ich werde nervös und aufgeregt. Beides. Du kannst also nervös und aufgeregt gleichzeitig. Freudig. Erregt. Aus! Du könntest becken. Becken, 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 du könntest becken. Mach nur Becken dazu. Und zwar oben. Ja, da. Ist ja rührend. Kontenanz. Wer immer an diesem Wochenende, im Speziellen am Samstag, wirklich nichts Besseres vorhat, als mit der Westbahn um 14,99 Euro von ganz Österreich nach Wien zu fahren. Sollt das bitte machen. Druck ist ja wurscht. Eigentlich. Hauptsache mal hin. Einer, der aussieht wie von der Küste des Todes, Kostel der Mörder, aus links. Steht dann vor der Szene und ist adressierbar. Gebt euch zu erkennen. Wir sind wir. Nur für euch. Saman, how about a jazz moment on the rührdrum? Ich verspreche allen, die sich das jetzt anschauen, dass wir nicht rührend Trommel spielen. Minimum. Minimum. Not cardamom. Äh, cardamom. See, I say it wrong again. Minimum. Minimum. So, how about cardamom? Gut, mit cardamom verbinden wir nichts, außer cardamom, die gleich nach uns auftreten werden und wir freuen uns darauf. Danach, Creeways, Creeways ist Englisch und heißt Getscherspalt. Ich hoffe, YouTube schaltet das nicht. Creevace. Creevace. Hätte ich ja auch. Creevace. Aber ich bin ja ein Schmutziger. You live there. Also bis wir uns über die Aussprache einig sind, wird es noch ein paar Tage dauern. Bis dahin ist dann der Gig in Wien. Tommy, bitte sag uns, dass allen richtig hier noch den schönen Abend an den Hild. Hallo Welt, es war sehr schön. Schönen Abend. Danke. Wir sind immer noch auf Sendung. Wo ist nun? Wir sind alle Müll. Bis Samstag, 20 Uhr, Szene Wien, irgendwo im Wohlfork. Die Szene Wien ist in welchem Bezirk? Beim Karl-Marx-Friedhof? Das ist in Simmering. 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 Geben Sie im Navi Ihre Wahl ein. Simmering. 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 Danke. Das war's. Du darfst. Can duier. Mit.